Tach! Und herzlich willkommen zu Showgeber Nogi Daily. Hast du dich erschreckt? Ne, aber die Kamera muss jetzt gewicht werden. Ja, das kann sein. Ich kenne jemanden, die hatte immer nur solche Pullover an und die hatte so, nicht Knoten, aber immer so drüber. Immer! Und so Lacoste Polo-Shirts. Kann sein, aber immer solche rosanen Pullover hatte sie an und immer so über die Schulter gelegt. Immer, 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 immer. Katastrophe, die bestimmt heute noch. Bis bald Dinsky. Am 23. Oktober. Achtung. Am 23. Oktober. 4004 vor Christus. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Ja, ganz so gut. Als in der Schule was über Pietät kam, da hat Sascha, da war gerade draußen ein Rauchen oder der Mitschüler verprügelt. Keine Ahnung. Ja, genau. Aber der Welt-Nudeltag ist heute, am 25. Oktober. Isst du gerne Nudeln? Endlich. Endlich. Welt-Nudeltag. Ja. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Nudeln und bunte Nudeln und was weiß ich. Es ist ja der Hammer. Glaubst du es nicht. Ja, ich kenne halt im Prinzip Spaghetti, Cannelloni, Lasagne, Lasagne, Calzone ist Pizza. Das war's. Ravioli. Ravioli. Ist auch eine Nudel. Was kennst du noch? Macaroni. Macaroni. Was kennst du noch? Cagliatelle. Cagliatelle. Mensch. Stimmt, ja. Fussili. Wie? Fussili. Fussili. Was ist Fussili? Ah, diese Schmetterlinge. Hm, genau. Was gibt's noch? Ähm, muss ich jetzt überlegen. Was gibt's noch? Ja, du hast ja schon ungefähr 25 gesagt. Ach, ich kenne noch mehr. Bestimmt. Ich glaube, warum ich so aussehe wie ich so. Ja. Mach. Konkav? War das? Nein. Konvex? Scheiße, jetzt weiß ich's nicht mehr. Mach da einen auf Superschlag und hat keine Ahnung. Natürlich hab ich. Ja, das Geburtstagskind heute ist Wayne Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney, der angeblich nur mit Staubsaugergeräusch einschlafen kann. Was? Ja, heißt das. Wayne Rooney kann nur mit seinem Staubsaugergeräusch einschlafen. Also der Staubsauger muss da ständig laufen. Also. Ist das Mädchen konvex? Hatte es Sex? Ist es konkav? War es brav? Ah, das ist der. Ah, okay. So rum. Ja, genau. Ich musste kurz nur überlegen. Wenn du mich hier mit sowas überfällst immer. Ja, was weiß ich. Ich dachte, du bist gelernte Optiker. Du weißt sowas. Manche mögen es heiß. Kennst du? Ja. Woher? Auf dem Fernsehen. Ja, sehr gut. Woher kennst du es? Mit wem? Mit dem Schauspieler und der Schauspielerin. Ja, die beiden sind ja dabei. Gut. Marilyn Monroe, Toni Curtis und Jack Lennon. Lemon. Lemon heißt er, glaube ich. Der hat ja auch später das Lied gemacht, Lemon Tree. Es ging dann um den Stammbaum von den Lemons. Verstehst du? Man, was du nicht alles raushaust heute hier. Sind wir hier bei Schoki-Banuck oder nicht? Was er nicht alles weiß hier. Till hier. Von Till und seinem Vlog? Boah, ist er schlau. Mhm. Naja. Julia Roberts hat heute Geburtstag. Wurde genau an diesem Tag am 23. Oktober 4004 vor Christus exakt um 14.30 Uhr das Universum von Gott erschaffen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Juhu. Oh Mann. Ja. Wir kriegen die Kurve und sagen. Cheerio. Bis morgen. Open. Hopper. Hopper. Wow. Weekontin. Vielen Dank.